Black Love ist glaube ich auch so ein Manga den ich mal lesen sollte Oder zumindest mal in Anime schauen, das wäre ja schon mal was So, oh es gibt zusätzliche Missionen Aha, okay Ja komm, jetzt machen wir mal die Level 10 und Missionen auch mal alle durch Dann haben wir die auch mal Es sind ja nur 4, 4 Stück Auf der Suche nach Gold 2 Ding, 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 ding Mit was spiele ich denn? Fug Na komm, machen wir mal Sanji und Blackbeard Und boah Na gut, mein Kanal ist ja jetzt nicht so groß Das heißt meine Reichweite ist noch relativ gering, aber ich hoffe das ändert sich in der Zukunft Deswegen ist es gut möglich, dass nicht so viele zuschauen immer Vor allem, da ich ja immer gleichzeitig auf Youtube und auch Twitch streame Kann es auch sein, dass manchmal die Sachen einfach geteilt sind Ein paar gucken da, ein paar gucken da Hallo, ich sehe nichts Blackbeards Arsch ist zu dickig Oh, come on Ich sehe nichts Ich sehe nichts Oh, come on Ich sehe nichts Ich sehe nichts Ich sehe nichts Oh, come on Ich sehe nichts Was auch immer ich jetzt gemacht habe Wui Oh nein Das war aber eine schlechte Idee BAM 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 Ohohoho und Tschüss Nein 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 Ja Mit der Macht der Liebe hat mein Ruhron die Kennchen vernichtet Aua Alter Und Tschüss BAM in die Fresse Sasuke Und in die Eier natürlich Ganz tief in die Eier 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 Nein Oh Mann Shit. Bam. Und bam, in die Fresse. Haha. Mit Boa läuft's. Uh, okay. Well done. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter. Alter, was geht denn mit dem ab? Habt ihr den Lebensballing gesehen? Alter Scheiße, leck mich am Arsch. Wie viel der abgezogen hat. Das ist doch nicht mehr feierlich. Ja, das war's wirklich komplett, ey. Leck mich am Arsch. Kann ich das nicht abbrechen eigentlich? Nein. Okay, jetzt streben wir uns mal an. Ich seh schon wieder nichts. Bleck mir, dein Arsch ist so fett. Bam. Bam. Alter, da machen die halt immer gleich so 100 Mann Kombos. Okay, was haben wir jetzt getan haben? Und tschüss. Okay, oder auch nichts. Halt. Nein. Nein! Joa, es macht halt wieder unendlich Schaden. Komm schon, ja man. Ja, die blocken aber auch echt alles. Und so schnell wie die kann ich komischerweise nicht blocken. Was? Was? Komm, warum kommt dem seine Taki zuerst? Das ist so unfair. Ja, ist da reingerannt. Idiot. Haha. Boom. Hm. Guck, ich block auch und bringe nichts. Ok, das stimmt. Ja, die triffikation. Die triffikation, die triffikation, die triffikation. Cool. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja ja. Dann, 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 dann. Nein, oh Mann, oh Meter, leck mich doch am Arsch Boah Guck mal, die blocken ja auch alles, die ganze Zeit, ich kann ja machen was ich will Wenn ich block, dann passiert nichts Guck Guck mal, die blocken auch meine super mega ulti und egal was Stirb Guck mal, die blocken, die blocken, die blocken, die blocken, die blocken Guck mal, ich schlag den, der blockt nicht, aber trotzdem kriege ich seine Attacke ab Ich sehe halt nicht mal den Gegner mit seinem Riesenkörper Guck mal, ich schlag den und der So, ich hab gewonnen, er hat wenige Leben Man, man, werde ich aber sauer hier So, Aufwertung 1 So, Sabo, Naruto, Sasuke Nehm doch die mal mit Gegen Naruto, Asta und Yugi Ich hasse Yugi jetzt schon Und Asta auch Naruto geht ja noch Schon kriege ich gleich von Naruto voll auf den Sack Dann hasse ich ihn auch Einfach aus Prinzip Ja, es gibt Yugi Und im nächsten DLC soll auch Seto Kaiba kommen Ah, mal, was ist denn mit Sabe los Oh, oh 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 Boom! Da, da, da. Nein, 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 Abwehr. Oh, Alter, Sabo ruled. Oh nein, Yugi. Oh nein, Yugi. Bam, bam. Oh you are the onины. Oh you are the oninas awesome. Here we go, is he 17ish? You in general. Aua, aua, aua. Boom. So, Naruto erledigt, Naruto. Mein Naruto ist natürlich der wahre Naruto. Was für eine Frage. Ui, es war doch schon viel besser. Oh, rote Fähigkeitsenergie und grüne Fähigkeitsenergie. So, hä? Nein. Oh Gott, es sind ja noch viele. Eins, zwei, drei. Okay, wir machen jetzt noch die hier und dann gucken wir mal weiter nach der normalen Mission. Lidl Wolf, nein, auf dem Computer. Der hat einen guten alten PC. Oh, meine One Piece Folge ist fertig. Oh, mein Gott. Und dann versuchen wir die Kranke zu retten. Das ist der Kranke, was ich schon gesagt hat. bamm 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 hola hoa hoa yo cha cha das macht mich der aber fertig hier ernsthaft jetzt machen die jetzt habe ich aber keine lust mehr so achso es geht ja noch eine runde auf verdammt ein 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 BAM! 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 Na? Awa Awa Oh oh Von hinten Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag So Einen ganz 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 kleinen Moment Gleich gehts weiter Muss nur ganz kurz Hier Hm So Tut 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 Ok So Jetzt gehts weiter Wir müssen die Folge schon mal hochladen auf Youtube Ähm Ja Jetzt machen wir doch mal wieder eine normale Mission Der unsterbliche Krieger Wir haben einen Bericht erhalten Wonach der Bewohner einer Jump Welt unter der Kontrolle eines schwarzen Kubo stehen soll Ihr müsst euch dort hin Ihr müsst euch dort hinbegeben Nach wem suchen wir? Es soll sich um einen Schwertschwinger namens Kenshin Himura handeln Er ist auch als der legendäre Assassiner Mörderische Bato sei bekannt Mörderischer Bato Was Eine legendäre Assassine Klingt verdammt stark Ich kann es kaum erwarten mit ihm zu kämpfen Wenn wir ihn rekrutieren könnten wäre er ein mächtiger Verbündeter Tu was immer notwendig ist Sie können sich auf mich verlassen Direktor Zane Komm schon Warum befehlen wir eigentlich alle irgendwas Ich bin mein eigener Herr und Meister So Das ist also der Mörderische Bato irgendwas Ja Komm schon zeig's mir Sehr gesprächig der Kenshin Sehr gesprächig Zane Alter Alter Mann Und Tschüss Und jetzt geht's los Juhuhu Schön mit dem Kamiamiya Easy Peasy Lemon Squeezy Kenjin Himura Kein Gegner für mich Ne Zane Tu es Ombra's Kubus wird geborgen Mh Au Gut gemacht Kenjin Himura wurde erfolgreich gerettet Ich würde eher sagen er wurde erfolgreich in den Po gebummst Zane Asta das war sehr gute Arbeit Was ist los Kenjin Was ist los Kenjin Ich hatte geschworen nie zum mörderischen Bato sei zu werden Das werde ich mir niemals verzeihen können Aber das ist doch keine große Sache Hier da hast du mich getroffen ist nur ein kleiner Kratzer Ach Autsch 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 Alles in Ordnung Kein Problem Ich habe schon ganz andere Dinge überstanden Das ist nun wirklich nicht der Rede wert Ja Das ist gar nichts Obwohl du kontrolliert wurdest hast du nicht getötet Hoche Achtung Der mörderische Bato sei wurde nirgends gesichtet Ich war nur ein unbekannte Wanderer Und sie haben so viel riskiert Ich stehe in ihrer Schuld Ich danke ihnen indem ich mein Schwert in ihre Dienste stelle Das ist FPV Ich geb Ich geb Ein Bis zum nächsten Mal.